Musik Ich darf nun die Nadeln den anwesenden Walz-Karpoto-Plaketteninhabern Hartmann, Dr. Stephan, Unglenk, Wolf, Ergold, Hofacker, Holz, Marmann, Neureiter und König anstecken. Musik Wir denken an Franz Graf I. zum Wohne einer guten Zukunft für die große Kreisstadt Mosbav. Musik Ein Mann, der ebenswertig ist. Immer noch im Mallorca am Strand lag, aber jetzt hier für Sie heute auf die Bühne kommt. Begrüßen Sie Ihren Oberbürgermeister Michael Jahn! Meine Damen und Herren, es ist keine vorbereitete Rede. Alles, was er sagt, ist absolut spontan und jetzt hier frisch entworfen. Eine Büroklammer für mich, eine Gunst an den Mund. Bitte schön. Liebe Mosbacherinnen und Mosbacher, liebe Gäste jeglicher Ehre. Unser Rathaus feiert in diesem Jahr seinen 450. Geburtstag. Obwohl die Ursprünge des Gebäudes wesentlich älter sind, zum Beispiel der Chorraum, der sich gerade hinter uns befindet, ist immerhin aus dem 9. Jahrhundert, liegt also auf 1200 Jahre Zeit. Wir wollen gemeinsam mit euch heute Mittag um 12 Uhr in eine entfernte Galaxie eintauchen auf dem Marktplatz. Dazu brauchen wir mindestens 500 Jedi-Ritter und 500 Außerirdische. Ja, und das Highlight ist dann, dass ihr es hinkriegen sollt, dass da ein UFO landet. Die Dani ist schon in Mosbach im Nekarodenwaldkreis, 50 Kilometer östlich von Heidelberg. Wie ist denn da die Stimmung heute Morgen? Machtbar. Also eine harte Nuss, eine harte Nuss. Aber ich denke, dass unsere Bürger stark genug sind, kräftig genug sind, kreativ genug sind, um die Wette zu packen. Das schafft ihr nie. Ja, aber ich denke, dass unsere Bürger stark genug sind, kräftig genug sind, kräftig genug sind, kräftig genug sind, kräftig genug sind. Ja, aber ich denke, dass unsere Bürger stark genug sind, kräftig genug sind, kräftig genug sind.